Willkommen bei Plans vs. Zombie. Ich möchte dieses Mal den Multiplayer spielen und wir werden dafür stumpf einfach mal in das ganz normale Abschluss bestätigt wehen. Ich habe die ganze andere Zeit jetzt immer gemischt im Modus, ich glaube es waren 2-3 Runden, also nicht so viel, auch nicht die ganze Zeit. Aber ich sagte ja, es wird noch mehr kommen und ich werde definitiv noch das eine oder andere zeigen, besonders jetzt, wo es wieder andere Karten gibt und ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe zum Aufnehmen, da Sommer ja langsam vorbei ist. Das ist meist auf meinem Kanal, bisher war er ja voraufgenommen, so langsam endet der Punkt und das ist neu aufnimmungs. Gut, wir werden hier spielen. Gebirgsjäger. Ja, gucken wir nochmal. Wollen wir die Britte sein? Ja, wir sind die Britte. So, Fähigkeiten haben wir nur die 2, ok. Ja, noch nicht so viel gespielt, wir haben hier einen, der ist recht hoch. Und dann schauen wir mal. Hier ist die Station vor Zombies. In Totisch. In Totisch. Nein! Nein! Das fand es mal richtig lame. Aber funktioniert, funktioniert. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein Zombie, genau. Der hat sich in der Sonne heilt. Da war gerade einer. Da ist auch noch einer. Da kam einem nicht Duh. Guck mal, wie ich den... Das ist immer schneller geht, umso länger ich da stehen bleibe. Da sind 3 tot. Was ist denn hier los, bitte? Nein, das ist ein Kaktus. Nein, das ist ein Kaktus. Ich bin ein Kaktus. Und das ist ein Kaktus. Und dem wenigstens. Dallohul, Spielerkarakter wechseln. Wir wollen mal den normalen nehmen. Jetzt haben wir den Kaktus. Gut. Soldaten rücken vor. Es gibt so zwei verschiedene Kanonen, eine geht halt nur nach oben, so wie die, die ich hab, und dann gibt es noch die, die so ein Stück nach vorne geht. Die haben beide eigentlich so ihre Vorteile. Wie ein Nachleid, da klopft sich das Ding immer aus dem Kopf. Achso, das ist einer von uns, gut. Ich meine aber, ich treff die damit und dann ist gar nichts. Komische Plasma-Kanone. Ich mag das Plasma-Ding gar nicht, weil man das so krass aufladen muss eigentlich. Aber dann macht es wohl Schaden. Okay, dann ist es dumm. Ich habe ihn mit dem Kopf, die ich fertig bin. Ich habe ihn mit dem Kopf aus der Tür. Ich habe ihn mit dem Kopf ausgelegt, aber ich habe ihn mit dem Kopf ausgesprochen. Ach, Loi. Von oben, der... Gut, Multiplayer mit den Pflanzen ist definitiv lustig. Das ist ja wirklich etwas Schönes in dem Spiel. Allein in der Netcode, das so das Zielen, das Treffen und das Erscheinen von den Charakteren, wenn sie um die Ecke laufen, ist in dem Spiel einfach echt megamäßig gut. Da gar nicht so Spiele, die können sich mal eine Scheibe abschneiden. Komm, Lümpchen. Ah, ich habe noch zwei Leben. Nein, die kommen, drehen sich um, pum, tot. Verdammt. Ich brauche auf jeden Fall einen anderen Charakter. Ich habe irgendwie nur die Standardcharaktere. Beziehungsweise so große, die so richtig langsam sind. Und das ist natürlich auch eher uncool. Ja, hm. Wenn meine Rakete auch mal so viel Schaden machen würde, dann wäre ich glücklich. Das glaubt mal. Der ganz normale Erbsenkanone hat mich gerade gekillt, ist klar. Aber ich kann mal so durchgucken, was habe ich denn noch? Ich bin ein General Wissenschaftler. Der Wissenschaftler soll noch ganz gut sein. Ich bin ein General Wissenschaftler. Der Wissenschaftler soll noch ganz gut sein. Ah, der Telekot. Nein! Gut. Der gefällt mir so gar nicht irgendwie. Müschtet man mal gucken. Der Allstar. Was haben wir denn noch so eigentlich an Alternativ-Charakteren? Wow. Nicht gerade sehr viel. Also ich bin lieber ein Pflänzchen-Spieler zur Zeit. So viel klar, die Pflänzchen haben nämlich gewonnen und haben die Jombi verdrescht. Die Pflanzen wehren sich vorsichtig.